Für Vollbildspiele benutze ich den übrigens auch jetzt Fraps, weil es das jemand mitgekriegt hat. Okay, Oberraff, geh aus. So, und auf ihn. Nein! Warum? Um, und um Gott sei Dank. Wa, 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 Fiech, 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 eingefroren, Fiech, rüberspringen, noch mehr Fiech. Und dann noch so eins. Wo müssen wir jetzt hin? Wir müssen wieder in Brinstar und in Brinstar nach Crate. Oh, Boss, ein Bossmonster, ein Bossraum, denke ich mal. Ich meine, das Bühne kann natürlich auch für jeden anderen beliebigen Raum dastehen, aber das tut es einfach nicht, denke ich. Na. Na, na, au, 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 Schmerzen, 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 hoch und weiter. Ah, achso, deswegen. Okay, dann fliegt mal wieder aus. Und jetzt aber, hier ist irgendwo was. Und ich bin ziemlich sicher, dass es dort ist. Ja, ich bin... Ich bin intelligent gewesen und wusste... Ah! Rein, so. Na, okay. Ja, fick dich. Ähm... Und weiter geht's. Oh, die sterben sogar dadurch. Bäh, runtergefallen. Wo geht's hier rein? Ein... Ah! Tut weh. Raum tut weh. Raum tut weh. Haha, du wirst mir nicht nochmal wehtun. Ah, ja, da brauche ich Speed für. Und... Jetzt dürfen wir den ganzen, 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 ganz weg zurücklatschen. Okay, da ist irgendwie nichts. Denke ich. Und hier geht's hoch, hier geht's hoch. Kann man das Ding eigentlich besiegen? Nein, kann man nicht. Okay, also geht es weiter. Weiter. Immer weiter. Bis zur Endlichkeit. Und noch viel, 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 viel weiter. Oh, Raketen. Obwohl wir eigentlich leben bräuchten. Aber das ist denen ja scheißegal. Jetzt halt wieder zurück. Speicherraum. Nö, keine Lust. Und zurück. Nö. Und rein und nicht runterfallen diesmal. Und da hoch und... Los, geht da hoch. Und wieder in einen, äh... Einen anderen Bereich. In Norfall. Ne, Brinstar. Norfall kommen wir gerade her. Weil wir das Ding heißt. Und wir kommen mit neuen Fähigkeiten und anderen Sachen wieder zurück. Und ein bisschen Leben, wenigstens abgegriffelt. Ich glaube zumindest, dass es Leben ist. Die Musik geht irgendwie wirklich nicht ins Ohr. Na, da unten ist auch noch ein Speicherraum. Dann gehen wir da hin, speichern. Na, na. Ah, Gott. Du wirst sterben dafür, dass ich Leben verloren hab wegen dir. Weiter geht's. Und hier hoch und dann runterfallen lassen. Und dann weiß ich auch nicht mehr weiter, aber da hinten war noch irgendein Item. Das könnte man eventuell gebrauchen. Und rein da. Oh Gott. Ich merk schon. Da will mich ein Spiegel killen. Ah, und einen Meißel-Container erhalten. Okay, fahr runter. Oh, oh, was das? Was das? Oh, ne, dafür brauchen wir Speed. Dafür brauchen wir Speed machen. Und speichern. Yeah. Speichern abgeschlossen. Und weiter geht's. Da waren wir schon. Okay, wir laden uns alle rein auf. Wir haben sowieso noch wenig Energie. Davon und bleiben wir da vollständig hergestellt. Okay, und weiter geht's. Wow, wow, wow. Ah ja, die explodieren. Ah, will da hoch. Wie kommt man da hoch? Gibt's hier irgendwas auf dem Boden dafür? Nein? Okay, dann können wir wahrscheinlich noch nicht da hoch. Aber hier runter müssen wir jetzt können. Warum geht auch ein bisschen in die Ecke dieses Arsch? Noch. Penis. Okay, und es geht. Kann man hier durch? Ne. Sieht so aus. Kann man da oben lang irgendwas machen? Ach, Mist. Ne, kann man nicht. Okay, also geht's runter. Nach Crate. Speicherraum. Okay, und wir haben gespeichert. Wir gespeichert haben. Und weiter geht's. Es geht weiter. Frösche. Denke ich. Nee. Hm, 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 hm. Da, 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 da. Da, 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 da. Ne, boah, diese Musik kotzt nach einer Weile ganz schön an. Die spielt zwar noch nicht lange, aber trotzdem. Bewegt sich das da nicht irgendwie? Naja, egal. Wow, 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 zu tief, zu tief, zu tief. Au, 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 au. Irgendwie musste ich irgendwas machen, damit das geht. Okay, ich weiß nicht, was ich da machen muss. Falls es jemand weiß, kann er es mir ja vielleicht sagen.